Hallo und herzlich willkommen aus Pösnig. Hinter mir sieht man das wunderschöne Rathaus und ich schwelge gerade ein bisschen in Erinnerungen, denn vor 20 Jahren habe ich hier in Pösnig bei Herzklopfen kostenlos der bundesweiten Talente-Show meine Karriere beginnen dürfen. Und in diesem Jahr gibt es Herzklopfen kostenlos wieder für alle jungen und jung gebliebenen Talente. Dieses Jahr aus der schönen Stadt Pösnig. Wir, das sind die Produzenten, die Stadt Pösnig, das Veranstaltungsbüro Andreas Dornheim und der Sponsor, die Kreissparkasse Saale Orla, freuen uns ganz sehr, dass die Talente-Show in diesem Jahr hier stattfindet und wir jetzt alle Talente herzlich einladen, sich zu bewerben. Es ist egal, ob ihr singen könnt, ob ihr ein Instrument spielt. Wir haben die Kategorien Gesang und Instrumentales oder ob ihr tanzt, ob ihr Show, Artistik, Humor, Zauberei, ganz egal, wo eure Talente liegen. Bitte bewerbt euch. Ich würde mich von Herzen freuen, ganz viele Talente in diesem Jahr hier auf dem wunderschönen Pösnigermarktplatz begrüßen zu können. Denn hier wird die Show stattfinden. Die Bewerbungsunterlagen, die bekommt man im Internet. Unter www.herzklopfenkostenlos.de kann man sich alles herunterladen, was nötig ist. Den Bewerbungsbogen, die Teilnahmebedingungen und dann heißt es nur noch ein bisschen Mut haben und die Bewerbung ganz schnell abschicken. Der Einsendeschluss ist der 30. Juli 2016. Die Show selber findet übrigens am 3. September statt. Im Rahmen des Pösniger Stadtfestes wird am Samstag hier eine riesige Party steigen. Mit vielen Talenten, mit noch viel mehr Gästen und es wird ganz sicher ziemlich spannend werden. Wir alle freuen uns sehr auf Herzklopfen kostenlos 2016 hier in Pösnig am 3. September. Und jetzt ganz schnell die Bewerbungsunterlagen ausfüllen und abschicken. Und ich drücke ganz, ganz fest die Daumen, dass wir uns dann vielleicht hier sehen. Viel Glück, eure Katharina Herz. halve Untertitelung des ZDF, 2020